Tag 802. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus dem Raum Bachmut. Die heftigsten Zusammenstöße ereigneten sich südlich von Ivanovski, wo die Ukrainer eine Reihe von Gegenangriffen durchführten, um die russischen Offensivbemühungen zu stören und ihre Truppen festzusetzen. Sowohl russischen als auch ukrainischen Quellen zufolge waren die Angriffe erfolgreich und später veröffentlichten die ukrainischen Kämpfer der 92. Sturmbrigade Kampfaufnahmen, die die eigentliche Operation zeigen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die Ukrainer die russischen Feuerstellungen ausgiebig mit Drohnen beschießen. Wie wir wissen, leiden die Ukrainer unter einem akuten Mangel an Artilleriegranaten, weshalb sie ihre Artillerieeinsätze mit verschiedenen Kamikaze-Drohnenangriffen verstärken. Dank der effizienten Arbeit der ukrainischen Signum- und Black Raven-Drohneneinheiten entlang der Südflanke gelang es den Ukrainern, alle russischen Angriffe abzuwehren. Die Aktivität der Drohneneinheiten war so stark, dass sich alle russischen Truppen in Unterständen oder Kellern in den Siedlungen entlang der Kontaktlinie versteckten. Alle russischen Truppen oder Material, was noch nach außen hin sichtbar war, wurde schnell entdeckt und zerstört, noch bevor es die Kontaktlinie erreichte. In den vielen Videos von solchen Angriffen auf die Verstärkungen konnten wir die Zerstörung von vier Versorgungsfahrzeugen, einem BMP-2-Schützenpanzer, einem BMD-4 und vielen Infanteriegruppen zu Fuß sehen. Die Ukrainer erkannten den Vorteil des umfassenden Einsatzes von Drohnen, der es ihnen ermöglichte, die Initiative zurückzugewinnen und den Gegenangriff zu führen. Die Ukrainer beschlossen, Kamikaze-Drohnen auf die russischen Stellungen zwischen Iwanewski und Kleschivka zu konzentrieren. Auf diese Weise wurden die russischen Verstärkungen in diesem Gebiet vernichtet, sodass die russischen Streitkräfte keine Munition und keinen Nachschub mehr hatten. Die Kampfaufnahmen zeigen, dass allein in der Nähe dieses Grabens eine Kolonne von mindestens sieben Schützenpanzern zerstört wurde. Im selben Video ist zu sehen, dass, nachdem die ukrainischen Drohnenoperatoren erfolgreich verhindert hatten, dass russische Verstärkung an der Kontaktlinie eintraf, eine kleine Gruppe von zwei Soldaten der 92. Sturmbrigade vorgeschickt wurde. Die beiden ukrainischen Sturmsoldaten drangen in den Graben ein und stießen praktisch auf keinen organisierten Widerstand. Daher räumten sie den kompletten Graben und sicherten neue taktische Positionen. Sie sicherten die Kontrolle über den gesamten Graben und erledigten einige russische Soldaten, die sich in ihren Unterständen versteckt hielten, mit Handfeuerwaffen und Handgranaten. Die veröffentlichten Kampfaufnahmen zeigen jedoch nur einen Bruchteil einer umfassenderen Operation, bei der die Russen um mehr als 500 Meter zurückgedrängt wurden. Die Ukrainer hatten zuvor festgestellt, dass die russische Verteidigung hier schwächer war als an der übrigen Südflanke, aber immer noch stark. Diese Verteidigungslinien erstreckten sich entlang zweier Baumreihen auf offenen Feldern in der Nähe einer unbefestigten Straße, die Iwaniske versorgt. In der ersten Phase der Operation mussten die Ukrainer viel stärkere russische Stellungen angreifen, die durch konzentrierte Drohnenangriffe aufgeweicht wurden. Sobald die Hauptverteidigungslinie durchbrochen war, brach unter den russischen Truppen Chaos aus und sie begannen, nach hinten zu fliehen oder sich in Unterständen vor den Drohnen zu verstecken. Zu diesem Zeitpunkt hatte die ukrainische Hauptstreitmacht ihre Stellungen bereits gefestigt und der Großteil der Kämpfe war bereits vorbei, als die beiden ukrainischen Sturmsoldaten in den Graben eindrangen. Neu eingenommene Stellungen haben auch einen hohen taktischen Wert. Das ist den Ukrainern ermöglichen, eine Operationsbasis für Artillerie- und Drohneneinheiten einzurichten. Dies ist für die Ukrainer von Vorteil, da die Drohnenoperatoren dadurch näher an die wichtige russische Versorgungsstraße nach Ivanovski herankommen, die nur einen Kilometer vom neuen Brückenkopf entfand ist. Wie ihr sehen könnt, wurden die nahegelegenen unbefestigten Straßen durch den Gegenangriff aufgrund der Nähe zu den ukrainischen Stellungen unbrauchbar gemacht, sodass alle russischen Bewegungen auf einige wenige Straßen beschränkt wurden, die die Ukrainer leicht überwachen konnten. Dies wird die russischen Offensivbemühungen südlich von Chasifia gefährden, für die das Dorf ein wichtiger Stützpunkt ist. Darüber hinaus ist es den Ukrainen gelungen, die russischen Kräfte in diesem Frontabschnitt zu fixieren, um weitere mögliche Durchbrüche zu verhindern. Die Verlegung zusätzlicher Truppen zur Schließung der Lücke in der Nähe des taktischen Brückenkopfes wird wiederum die Intensität der russischen Angriffe auf Chasifia verringern. Den Ukrainern gelang es auch, zusätzliche Verstärkungen in die Stadt zu verlegen, was alles zur weiteren Stabilisierung dieses Frontabschnitts für die Ukrainer beitrug. Der russischen Führung dürfte klar sein, dass weitere Operationen an der Nordflanke nur möglich sind, wenn die Stellungen an der Südflanke bei Ivanovski und Kleschivka gesichert werden. Wie wir wissen, ist es das Ziel der Russen, Chasifia von zwei Seiten einzuschließen. Und das ist nur möglich, wenn sie ihre Kontrollzone auf den Süden der Stadt ausweiten. Die Russen haben in Bachmut große Truppenkonzentrationen für den weiteren Einsatz an der Südflanke gebildet. Elemente der 6. Motorisierten Schützendivision, der 88. Motorisierten Schützenbrigade und der 83. Luftlandebrigade bereiten sich auf Angriffe nördlich von Kleschivka in Richtung des Kanals vor. Die Russen versuchten zwar, Angriffe in diese Richtung zu starten, doch blieben diese bisher erfolglos, da jede eingesetzte russische Panzerkolonne durch Artillerie und Drohnen zerstört wurde. Insgesamt gelang es den Ukrainern, ihre Drohnenflotte zu nutzen und sie auf die Ausschaltung russischer Feuerstellungen zu konzentrieren, was die Grundlage für einen erfolgreichen Gegenangriff bildete. Der zunehmende Fokus der Russen auf ihre Flanke südlich von Iwanewske wird ihre Aufmerksamkeit weiter von Chasifia ablenken und es den Ukrainern ermöglichen, die örtliche Garnison zu verstärken und ihre Verteidigung zu stärken. Darüber hinaus erreicht die Ausrüstung aus dem kürzlich genehmigten Hilfspaket, das auch dringend benötigte Artilleriegranaten enthält, nach und nach die Kontaktlinie, was zu einer weiteren Stabilisierung der Front beitragen wird. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.